Untertitelung des ZDF, 2020 Ein grüner Wolfe, 103 Stundenkilometer Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss da eben mal hin Mal eben nach Roßberlin Ich muss da was klären Oh Gott, ich hab's gewusst Ja, das war's dann wohl Motor abstellen, aussteigen, Fahrzeugpapiere Sie können sich ja denken, warum wir Sie angehalten haben Nein, eigentlich nicht Und das runde Schild davon haben Sie auch nicht gesehen Ein Schild? Das runde mit der 80 drin Gibt's auch bei Ihnen in der BRD Hier ist Höchstgeschwindigkeit 80 kmh erlaubt Können wir ja mal hören, was wir gemessen haben Na, 103 103 kmh Macht 100 Mark West Quittung Motorhaube, Hecklappe öffnen Alles klar Gut Bitte Bitte Danke Juhu, wir haben's geschafft Wir sind drin, wir sind drin Ja, wir haben's geschafft Wenn uns jemand hört 错 Wir sind drin, wir sind hin Die